Ihr kommt eigentlich jedes Mal als Favorit dann zu diesen Vereinen und wie geht man mit dieser Rolle um? Da kommt der große Liverpool FC und das ist für uns ja nicht komplett neu. Das ist natürlich, in der Champions League sind wir jetzt nicht überall Favorit gewesen, aber in der Premier League sind wir das schon, selbst in unseren schlechten Jahren. Die neuen Spieler haben generell, zeichnen sich durch eine große Lust auf Fußball einfach aus. Wollen kicken, wollen Ball, wie Dom, so ein super Spieler, McAllister, Ryan Gravenberg macht einen super Eindruck, hat jetzt 3x7-8 Minuten gespielt im letzten Spiel, die fand ich richtig, die haben mir richtig Spaß gemacht, weil er super lebendig war, weil er sich eingebracht hat und Wataru Endo, ist ein klasse Kerl, also muss man einfach sagen, ein richtig guter Spieler, der einfach, muss ich sagen, heutzutage eine Woche oder zwei brauchte, vielleicht auch noch eine dritte, vierte Woche, keine Ahnung, um sich so ein bisschen an uns zu gewöhnen. Ich mag diese Mannschaft, ich mag diesen Kader total und jetzt geht es darum, wir sind noch nicht so lange zusammen, jetzt geht es darum, dass wir einen Beweis stellen, wer wir sind. Also das müssen wir einfach auch mal herausfinden und das sein, aber wir wollen ein unangenehmer Gegner sein, aber zur Stabilität gehört Zeit und die hat man bisher noch nicht, deswegen müssen wir die Entwicklung, ich hoffe, dass wir da schon einen großen Schritt weiter sind, aber das werden wir jetzt in den Spielen sehen. So Bis zum nächsten Mal.